Hallo ihr Süßen, hier ist mal wieder eure Luna. Küsschen. Ich koche euch heute auch mal ein veganen Challenge Rezeptbuch. Etwas ganz besonderes, damit es euch wieder richtig gut geht. Ich mache Hühnerkleie mit Tomaten-Koriander-Sugo. Mhh, lecker. Vegan Rules, Vegan Lifestyle. Keine Angst, das sieht oft voll eklig aus. Aber eigentlich schmeckt es richtig gut. Also meine Regel ist, einfach so eine Binde nehmen, auf den Kopf setzen oder einfach nicht hingucken beim Essen. Das geht eigentlich auch. Okay, dann fangen wir doch mal an mit dem Rezept. Also ich habe das jetzt schon alles vorkommend eingekauft für euch. Ihr könnt aber in jedem beliebigen Supermarkt von euch, könnt ihr einfach alles ganz durchgemixt kaufen. Oder bei Veganity, dem größten Online-Vegan-Handel. Wir fangen damit an, dass wir die Kleie durch so ein Sieb durchfrottieren. Dann spüren wir das alles nochmal trocken. Wenn ihr der Pappkrepp drüber macht und salzen, das rules auf jeden Fall. Das nächste ist ganz einfach. Kennt ihr sicher auch schon von zu Hause. Tomaten klein schneiden, ein bisschen Gurken rein und dann einfach Koriander dazu. Lass euch jetzt nicht abschrecken von dem Aussehen. Das könnte auch euch ein bisschen an Brei erinnern. Ist aber nicht schlimm. Also ich meine, selbst Brei habt ihr schon mal gegessen? Voll lecker. Das Kleie, ne? Also ist kein Brei. Aber trotzdem mein Lieblingsbrei. Nein. Ist ja kein Kleie. Äh, ist Kleie. Richtig lecker. Fertig und anrichten. Augen zu und ab geht's. Mh. Ein Träumchen. Also rein an die Topfloppen und auf geht's. Schickt mir doch einfach Fotos von euren Fertiggerichten, damit wir dann vergleichen können. Und das beste Video gewinnt übrigens eine Luna-Tasse mit meinem Gesicht drauf. Dann könnt ihr mich nicht nur bei YouTube, sondern einfach auch immer beim Frühstück angucken. Oder YouTube und Frühstück. Und dann habt ihr zwei Lunas. Verrückte Sachen, was es alles gibt im Leben. Das war Lunas Recipes mit meinen Lieblingsvegan-Rezepten. Das machen wir jetzt öfter. Aber zunächst möchte ich mal, dass ihr eure Sachen jetzt nachkocht. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Es geht jetzt super gut. Ihr seid jetzt auch ganz gut gefüllt im Bauch. Und überhaupt, wir sehen uns ganz bald. Küsschen, eure Luna, xoxoxo, knutsch, 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 blablabla.